Hey Leute, ähm, also das ist jetzt ein Video für den Contest von Wingsgirl und da ist gerade mein Kater. Kannst du bitte gehen? Wieso bleibst du jetzt auf einmal so stehen? Ja, okay, ähm, und hier ist halt mein Bild für den Contest. Ich hoffe, es gefällt dir, Wingsgirl. Also ich habe jetzt Claudine gemalt. Also Leute, sorry, aber das Bild habe ich schon neun Jahre oder so gemalt. Also wenn ich neun Jahre war, habe ich das gemalt. Ja, naja, ich habe so viele Bilder von Monsterheim. Ich wollte halt gerne den zeigen, den ich ein bisschen schon lange hergemalt habe. Und ja, sie liegt hier halt so mit dem Hand. Und ich finde das Bild eigentlich schön. Deswegen wollte ich das nehmen. Ich habe eigentlich noch viele andere Bilder. Ja, ich zeige es mal ein bisschen genauer. So sieht es halt aus. Ja, okay, hoffe es gefällt dir. Und ja, dann sage ich mal Bye.